Und in der Frauenarztpraxis, da ist mir das erste Mal klar geworden, was wahre Liebe ist, nach was ich wirklich suchen sollte. Da kam ein Mann rein, eines Tages, und er so, hallo, ich möchte dir etwas abgeben für meine Frau und leg mir mit Blickkontakt eine Stuhlprobe auf die Anmeldung. Und da habe ich gedacht, so, wenn du mit der Scheiße deiner Frau in der Jackentasche mit der Straßenbahn in eine Frauenarztpraxis fährst, das ist Liebe, Mann. Das ist mein neuer Standard. Ich liebe den. Ich sehe den im Wind stehen mit so einem Cape. Shitman oder so.